Bhagavad Gita, Vers 4.35 Und wenn du die Wahrheit erfahren hast, wirst du wissen, dass alle Lebewesen meine Teile sind und dass sie in mir ruhen und mein eigen sind. Erklärung Empfängt man Wissen von einer selbstverwirklichten Seele, das heißt von jemandem, der die Dinge kennt, wie sie sind, so erfährt man, dass alle Lebewesen winzige Bestandteile des höchsten persönlichen Gottes, Shri Krishna, des Herrn, sind. Die Vorstellung, etwas existiere getrennt von Krishna, wird Maya genannt. Ma, nicht? Ja, dieses. Einige Menschen glauben, wir hätten mit Krishna nichts zu tun. Krishna sei nur eine bedeutende historische Persönlichkeit und das unpersönliche Brahman sei das Absolute. In Wirklichkeit aber ist dieses unpersönliche Brahman, wie in der Bhagavad Gita bestätigt wird, die Ausstrahlung Krishnas. Krishna als der höchste persönliche Gott ist der Ursprung allen Seins. In der Brahmasamita wird unmissverständlich gesagt, dass Krishna, der höchste persönliche Gott, der Ursprung aller Ursprünge ist. Selbst die Millionen von Inkarnationen sind nur seine verschiedenen Erweiterungen. In ähnlicher Weise sind auch die Lebewesen Erweiterungen Krishnas. Die Mayavadi-Philosophen glauben fälschlich, Krishna verliere in seinen vielen Erweiterungen sein gesondertes Dasein. Doch diese Denkweise ist materiell. In der materiellen Welt können wir beobachten, dass ein Ding seine ursprüngliche Identität verliert, wenn es in mehrere Teile zerlegt wird. Doch die Mayavadi-Philosophen können nicht verstehen, dass Absolut bedeutet 1 plus 1 gleich 1 und 1 minus 1 gleich ebenfalls 1. Dies ist in der absoluten Welt der Fall. Aus Mangel an ausreichendem Wissen von der absoluten Wissenschaft sind wir im Augenblick von Illusionen bedeckt und glauben daher, wir seien von Krishna getrennt. Obwohl wir gesonderte Teile Krishnas sind, sind wir dennoch niemals verschieden von ihm. Der körperliche Unterschied zwischen den Lebewesen ist Maya, nicht Wirklichkeit. Wir alle sind dazu bestimmt, Krishna zufriedenzustellen. Nur weil Arjuna von Maya verwirrt war, dachte er, seine zeitweilige Körperkörper Beziehung zu seinen Verwandten sei wichtiger als seine ewige spirituelle Beziehung zu Krishna. Alle Lehren der Gita weisen nur auf dieses eine Ziel hin. Ein Lebewesen kann als ewiger Diener Krishnas niemals von ihm getrennt sein. Die Vorstellung, eine von Krishna getrennte Identität zu besitzen, wird Maya genannt. Die Lebewesen haben als gesonderte Bestandteile des Höchsten eine Aufgabe zu erfüllen. Weil sie diese Aufgabe vergessen haben, befinden sie sich seit unverdenklichen Zeiten als Menschen, Tiere, Halbgötter usw. in verschiedenen Körpern. Diese körperlichen Verschiedenheiten entstehen, weil die Lebewesen den transzentralen Dienst des Herrn vergessen haben. Wenn man aber durch Krishna-Bewusstsein im transzentralen Dienst beschäftigt wird, wird man augenblicklich von dieser Illusion befreit. Man kann diese reine Wissenschaft nur von einem echten geistigen Meister lernen und so den Irrtum vermeiden, der besagt, das Lebewesen sei Krishna ebenbürtig. Vollkommenes Wissen bedeutet zu verstehen, dass die höchste Seele Krishna die einzige Zuflucht aller Lebewesen ist und dass die Lebewesen, die diese Zuflucht aufgeben, von der materiellen Energie getäuscht werden und sich einbilden, eine getrennte Identität zu besitzen. So vergessen sie Krishna in den verschiedenen Formen materieller Identität. Wenn diese irregeführten Lebewesen jedoch im Krishna-Bewusstsein verankert werden, befinden sie sich, wie im Bhagavatam bestätigt wird, auf dem Pfad der Befreiung. Befreiung bedeutet, in seiner wesensgemäßen Position als ewiger Diener Krishnas verankert zu sein. Krishna-Bewusstsein Bewusstsein 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 Bew wsp